Herzlich Willkommen zum Video 5 Rhythmische Solphäsch, wir werden uns jetzt beschäftigen weiterhin mit Ternian Stoff, Achteltriolen und nähern uns immer mehr so den verschiedenen Positionen oder den verschiedenen Kombinationen der inneren Triole. Noch steht die nicht alleine, aber jetzt kommt sie schon in Zweiergruppen als zweite und dritte und das ist jetzt hier sind die ersten vier Takte vom Blatt 5 A. Wie immer vielleicht mal kurz singen, singen Sie mit oder hören Sie mal zu. Ich gebe einen Puls. Eins, zwei, drei, vier. Ba 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 da 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 Okay, der Text wird jetzt echt sintaktisch und wir werden das zunächst mal zusammen klopfen. Ja, klatschen, klopfen. Ich mache es mir bequem. Dann, Blatt 5a, wir versuchen das mal Side-Reading-mäßig, also wirklich in einem durch, Oberschenkel klatschen, wie Sie möchten. Und ich werde dazu zählen, Viertel. Eins, zwei, drei, vier. 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 Eins, zwei, drei. letzter Tag, eins, zwei, drei und vier und eins. Okay, nachdem wir das jetzt geklatscht haben, werden wir das mal singen. Geben Sie sich einen Puls, schnippen Sie den Puls und wir versuchen das mal. Dritte Zeile. Also jetzt haben wir zumindest schon mal zwei Typen. Es sind eigentlich drei. Wir haben die komplette Triole, dann sparen wir die erste aus oder wir sparen die dritte aus. Aber ehrlich gesagt richtig gefährlich wird es erst, wenn wir sowohl die erste und auch die dritte aussparen, sind nur auf der zweiten. Das ist so vom Gefühl her komisch. Ich wische das mal weg gerade. Dann können wir zusammen ein bisschen auch mal die Phrasierung üben. Also wir kommen von hier. Okay, damit haben wir jetzt viel gemacht, aber jetzt kommt das hinzu und es kommt das hinzu. Also dieser Typ von Triole. Und dann gibt es noch diesen Typen. Okay. Wir machen das mal taktweise bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf Takte insgesamt. One, two, three, four One, two, three, four Bu, ba, bu, ba, 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 da, da, du, du, da, du, da, du, da, du, da, du, da, du, bu, 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 bu. Okay, und jetzt noch ein anderer Blick. Wir haben drei Positionen in der Achteltriole. Erste Position, zweite Position, dritte Position. Ich hoffe, das ist zu erkennen. Ich hatte in Schönschreiben, erinnere ich mich damals, als ich so sieben war oder so Grundschule, da wurde betragen, Schönschreiben und noch zwei andere Sachen benotet. Und Schönschreiben hatte ich, glaube ich, eine vier. Das hat sich nicht wirklich gebessert. Jeder Takt einmal. One, two, three, four. Ba, 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 bu, ba, 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 du, da, und so weiter. Also das ist, glaube ich, eine gute Übung, um mal in Kontakt mit diesen Positionen zu kommen. Weil, ja, das hat es in sich. Wir sind, glaube ich, eher doch sicherer in dem binären Feel. Und alles, was so mit eins, zwei, vier geschieht, aber mit Triolen und dann eben noch Triolen mit den einzelnen Positionen, das ist gewöhnungsbedürftig. Das kann man so, glaube ich, ganz gut üben. Lass uns weitergehen. Rhythmische Solfège, Blatt 5. Jetzt wird der Text ein bisschen komplexer und bezieht jetzt diese Position eben mit ein. Ich würde vorschlagen, mal singen zusammen. Blatt 5b und diese 16 Takte hintereinander. Blatt 5b und diese 16 Takte hintereinander. So, nachdem wir den jetzt gesungen haben, werden wir den natürlich auch klatschen. Der Vollständigkeit halber. Und wenn Sie können und möchten, versuchen Sie dazu zu zählen. Viertel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Was mir auffällt, ist, dass im Takt 7, das ist wirklich eine fiesliche Stelle, weil da gibt es diesen Wechsel von Ternia nach Biene. Ich sing den mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, dieser Takt hat es wirklich in sich. Okay, ja, dann kommen wir jetzt zum Diktat und gehen weiter auf Blatt 5c. Weil diese Takte sehr komplex sind und rhythmisch schon ganz schön anspruchsvoll, machen wir das Diktat nicht einmal, sondern, Entschuldigung, nicht eintaktig, sondern, Quatsch, nicht zweitaktig, sondern eintaktig. So ist es. Also, sie bekommen von mir jetzt zwölftakte eintaktig diktiert und ich werde die viermal wiederholen. Blatt 5c, Takt 1. 1, 2, 3, 4. Bu, ba, bu, bu, ba. Bu, ba, bu, bu, ba. Du, da, du, du, da. Ba, bu, ba, bu, ba. Takt 2. 3, 4. Ba, 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 ba. Ba, ba, bu, bu, ba, bu. Ba, 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 ba. Bu, bu, ba, ba, ba. Bu, bu, ba, ba, bu, ba. Du, da, du, da, 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 da. Da, 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 bu, 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 bu. Ba, bu, ba, 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 ba. Viertes Pattern, Entschuldigung. Viertes Pattern, Takt 4. 1, 2, 3, 4. Ba, 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 bu, ba. Ba, 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 bu, ba. Ba, 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 ba. Takt 5. 1, 2, 3, 4. Ba, 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 ba. Da, du, da, du. Da, da, da. Ba, 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 bu. Ja, ba, ba. Da, 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 du, du, du. Wir kommen zu Takt 6. Eins, zwei, drei, vier. Ba, bu, ba, bu, ba, ba, ba. Du, da, du, da, du, da, du, du. Da, du, da, du, da, 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 du, da, du, da, du, du. Takt 7. Eins, zwei, drei, vier. Ba, 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 bu, drei, drei, vier. Da, 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 du, du, ba, 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 bu, du, ja, da, du. Der 8. Takt. Eins, zwei, drei, vier. Papa, 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 papa. Takt Nummer 9. 1, 2, 3, 4. Ba, ba, ba. Ba, ba, ba. Du, ba, bu. Da, da, du. Der 10. Takt. 1, 2, 3, 4. Ba, ba, du, du, da. Ja, da. Ba, ba, bu, bu, ba. Ba, ba. Ba, ba, bu, bu, ba. Ba, ba. Ta, ta, du, du, da. Ta, ta. Ta, ta. Takt Nummer 11. 1, 2, 3, 4. Bu, ba, bu, bu, ba, bu. Bu, ba, bu, bu, ba, bu. Da, du, da, du, da, du. Da, du, da, du, da, du. Und der letzte Takt, Takt Nummer zwölf. 1, 2, 3, 4. So, das waren die zwölf Takte. Es gibt keine Regel, nach der man sagen könnte, man macht das viermal und mit der Pause und dann muss das klappen. Machen Sie das nach Ihrem Tempo, wenn Ihnen das zu schnell geht, spulen Sie zurück, halten Sie an. Und dass man einfach so schrittweise sich diesen Text erfasst. Natürlich ist es toll, wenn man das sofort erfasst beim ersten Mal und aufschreiben kann, aber wer kann das schon? Also lassen Sie sich ruhig Zeit und halten Sie an. Versuchen Sie das Pattern auswendig zu lernen und finden Sie Ihr Tempo bei diesen Diktaten. Vielen Dank.